Was bringt uns der ganze Fortschritt? Mehr Freude? Mehr Leichtigkeit? Ich meine, schaut euch um. Überall Technogadgets. Sci-Fi-Nonsense. Die Zukunft? Wo bleibt da der Spaß? Stellt euch ein Auto vor, das elektrisch ist. Kein Auto für die Zukunft. Sondern für uns. Recharge Live mit dem neuen 100% elektrischen Skoda Enyaq iV. Einem weiteren Mitglied unserer wachsenden iV-Familie. Skoda. Simply clever.